Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja, und Zubehör, liebe Freunde, ist wieder mein Stichwort, denn heute möchte ich Ihnen ein neues Produkt aus unserem Sortiment vorstellen. Es geht um Modellfahrzeuge und ich möchte es mal mit vielleicht folgendem zugegebenermaßen Plattenspruch auf den Punkt bringen. Was die Sahne für die Torte, ist das Scania für Transporte. So, das neue Produkt sind also Modell-LKWs des schwedischen Marke Scania im Maßstab 1 zu 87 vom litauischen Hersteller OLM Design. Bevor ich zu den Scania-Modellen von OLM Design komme, ein kleiner, kurzer Ausflug in die Geschichte von Scania. Die Scania AB, AB steht für die Abkürzung als Aktie Bollack, ist ein Hersteller von Nutzfahrzeugen, Bussen sowie Schiffs- und Industriemotoren mit Sitz im schwedischen Södertälje. Scania zählt zu den größten Herstellern schwerer Lastwagen in Europa und Südamerika und beschäftigt weltweit etwa 46.200 Mitarbeiter. Seit Januar 2015 ist Scania ein Teil des Volkswagen-Konzerns. Namensgeber übrigens von Scania ist die schwedische Provinz Schonen und die heißt im schwedischen Skorne und das wiederum im lateinischen Scania. Alles klar? 1903 übrigens sah der erste von Scania gebaute LKW so aus. Im Jahr 1911 fusionierte Scania mit der in finanzielle Bedrängnis geratene Firma Vabis. 1919 wurde die Produktion überwiegend auf LKW umgestellt und unter dem Namen Scania Vabis angeboten. Die Zeit zwischen den Weltkriegen verlief für Scania stetig auf und ab. 1921 war Scania sogar insolvent. Mit einer Neugründung brachte man das Unternehmen auf Erfolgskurs. Aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg lief es für Scania rund und wurde zu dem, was er heute ist, eines der weltgrößten LKW-Hersteller. Ab den 1950er Jahren entstanden schwere LKW der L-Serie mit Motorhaube, auch kurz Hauber genannt. In den 1960er Jahren kamen die Frontlenker-Modelle der Serie LB. Ab den 1980er Jahren kam es dann zum Generationswechsel bei Scania. Stärkere Motoren und Umstellung auf Fahrzeuge für den Fernverkehr als Frontlenker. Wobei dieser Scania hier, ein immer noch gebauter sogenannte Hauber, mein persönlicher Liebling ist. So, der musste jetzt noch sein. Das sollte allerdings jetzt auch für den kleinen Ausflug in die Geschichte der Welt von Scania reichen. Und jetzt, liebe Freunde, spanne ich Sie nicht länger auf die Folter. Hier sind Sie nun, die Modelle von OLM Design. In dieser Verpackung, liebe Freunde, findet das Scania oder P-Säge den Weg zu Ihnen nach Hause. Und ich finde, es ist eine sehr gelungene Verpackung. Sicher stabil. Der Karton und ein Klarsichtfenster vorn, um auch mal das Fahrzeug schon mal zu beschnuppern. Hier drüben steht, dass es ein Fahrzeug im Maßstab 1 zu 87 ist. Aber das hier drüben ist ein sehr wichtiger Punkt, liebe Freunde. Das bedeutet nämlich, dass Scania offiziell alle Fahrzeuge der P-Serie lizenziert hat. Das heißt, ein offiziell lizenziertes Produkt. Das finde ich klasse von OLM Design, dass man sich da Mühe gegeben hat und auch darum bemüht hat, weil wirklich jedes Fahrzeug anders ist. So, nun werde ich das mal, ich sage jetzt mal neudeutsch, Unboxing machen. Ich sage einfach auspacken. So, nun ziehen wir das Fahrzeug hier mal raus, befreien es aus dem Karton. Das ist ein kunststoffregenhalter, der sozusagen die Mulde unten halten soll, dass die beim Transport nicht aufgeht. Dann ist hier nochmal unten drunter eine Extrasicherung, dass das von dem Karton sich nicht so leicht löst. Das habe ich schon mal vorbereitet wie im Küchenstudio. Ich habe da schon mal was gemacht. So, so sieht das Fahrzeug also aus. Nun ist es ja nicht ganz komplett. So, und da hat also OLM Design auch ein sehr pfiffiges Detail. In der Verpackung hier drin, wenn ich jetzt hier, ah, sehen Sie, da kommt nochmal was raus, nämlich ein für Kunststoffspritzlinge, Zugrüstteile und auch hier ganz klar, ich werde es mal so halten, gekennzeichnet, wo die Außenspiegel und das, was noch dran muss, sozusagen bezeichnet. Also eine kleine Bedienungsanleitung finde ich toll gemacht. Ja, und dann kann es schon losgehen, wenn Sie das alles angebracht haben. Dann ist ja Fahrzeug eigentlich einsatzbereit auf der Anlage. Natürlich kann man jetzt hier noch viele Verbesserungen machen. Man kann es jetzt altern, man kann jetzt Schmutz dran machen und so weiter und so weiter und so weiter. Es bleibt also viele Möglichkeiten offen. Und nur noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, bevor wir dann zu den Fahrzeugvorstellungen kommen, diese Klarsichtshallwerfer, zu denen kommen wir nochmal, können von hinten sogar mit LEDs bestückt werden. Wer also auf der Anlage sein Fahrzeug beleuchten möchte, kann das natürlich auch machen. Ja, soweit zum Unboxing dieses Fahrzeugs Scania P-Serie von OLM Design. Vor mir stehen alle angebotenen 13 Ausführungen des Scania P, die den Baujahren des Originals zwischen 2011 und 2017 entsprechen. Die Baubezeichnung P steht für kurzes, niedriges Fahrerhaus und diese Kabinenform findet vorwiegend beim Bau, Liefer- und Kommunalfahrzeugen Verwendung. Mein erstes kurzes Fazit nach Sichtung und Auspacken der Modelle. OLM scheint keine halben Sachen zu machen. Die Fahrzeugmodelle haben je nach Ausführung verschiedene Chassis-Varianten mit teilweise modular konzipierten Aufbauten. Selbst Dreiachser sind bei OLM nicht einfach nur Dreiachser, denn es gibt dieses 6x2 Fahrgestell mit Vor- und Nachlaufachse und deren Radstand unterscheidet sich ebenso wie das Hinterachsaggregat, je nach Vorbild, wie hier am Aufbau eines Wassertanks als Stadtreinigungsfahrzeug zu sehen ist. Die große Schlauchtrommel ist hinten am Tank angebracht. Der obere Bereich mit dem Einfüllstutzen wurde in mehrere Ausführungen entwickelt. Und das Stadtreinigungsfahrzeug wurde unter der vorderen Stoßstange mit einer filigranen Düsenleiste ausgestattet, ist also kein simpel umdekorierter Heizöllaster. Gleiches gilt auch für die Kipper, wobei alle fünf Vierachser den gleichen Aufbau verwenden. Unterschiede gibt es bei den Mulden durch den Steinschlagschutz an der vorderen Bordwand. Auch hier gibt es wahlweise 8x4 oder 8x2 Chassis mit Vorlaufachse sowie eine Variante mit drei Hinterachsen. Und da OLM großen Wert auf Detailtreue legt und nicht einfach andere Räder und Felgen montiert, sondern auch das Fahrgestell im Detail mit anpasst. Die mit zahlreichen Details, wie der separat angesetzten Lüftungsklappe auf dem Kabinendach, den orangefarbenen Blinkern innerhalb der klaren Scheinwerfer und mit den eingesetzten Rückleuchten punktet OLM. Sehr stimmig gefertigte farbige Kunststoffoberflächen überzeugen mit feinen, seitigem Glanz. Drehbare Achsen mit guten Rolleigenschaften der Räder kompletieren den sehr guten Gesamteindruck dieser Modelle. Zurüstteile wie Außen- und Rampenspiegel liegen zur Selbstmontage bei. Der tote Winkelspiegel hingegen ist an der Sonnenblende angespritzt und muss in Position gebogen werden. Mein Fazit? Exakte Maßstäblichkeit zeichnet alle diese OLM-Modelle ebenso aus, wie auch die hohe Präzision im Formenbau. Auch bei den teils sehr bunten und dafür anfälligen Farben sind weder Fließnähte erkennbar, noch ist der Kunststoff nicht durchlässig. Gerade bei gelben und weißen Teilen ist das immer nicht so selbstverständlich. Alle Scania-Varianten sind ab sofort bei Xtrain24 lieferbar und zu attraktiven Preisen erhältlich. Zum Beispiel mit der Artikelnummer OLM-008, der Scania P 8x2 Container-Lkw ohne Containerangeboten für nur 26,90 Euro. Oder Artikelnummer OLM-011 Scania P 6x2 Tankwagen als Kommunalfahrzeug für nur 28,50 Euro. Und als Dritten im Bunde habe ich mir als Preisbeispiel mit der Artikelnummer OLM-007 den Scania P 6x2-4 Bewässerungsfahrzeug Elefant für nur 28,80 Euro ausgesucht. Alle weiteren Fahrzeuge und Preise dazu finden Sie mit dem markierten Link direkt zu unseren Seiten. Und jetzt haben Sie die Qual der Wahl, liebe Zuschauer, sich zu entscheiden. Also wenn Sie mich fragen, ich würde es ja alle nehmen. Okay, das war es für heute mit einer Produktvorstellung zu den Nutzfahrzeugen der Marke Scania von OLM Design. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns wieder auf gleicher Welle und Kanal. Machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Frank Buttig.